Okidoki, so, wir wollen jetzt ganz super lecker ein Feld selber machen. Ganz super lecker. Das war so. Äh, gut. Die nächsten Körner. Dafür konnte ich glaube ich, was waren das jetzt, zwei Felder, konnte ich damit locker durch bepflanzen? Irgendwie so war das doch. Gerade. Lalalala, so. Gut. Leckerfeld. Was hier noch? Abernten, so. Und dann haben wir auch noch ein lecker Zuckerrohr. Hips, 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 hips. ja genau gleich 100 bäume auf einmal ja gut das ist ja jetzt nicht wirklich schlimm gib mir all das setzlinge gut ich brauche jetzt mal glaube ich noch eine holzkiste oder was haben wir hier eigentlich wolle wolle so noch mehr ist noch mehr wolle wolle ich habe schon steinziegel gebaut interessant ich bin damit noch mal vor auch als die stufen mehr holz viel mehr holz das sind alles steine und erde und so ein scheiß die rotze kommt in die stein kiste genauso wie das hier meter meter also diesen ganzen stein scheiß und erde kann ich alles in die kiste da rein schleudern jetzt habe ich noch wolle die möchte ich nicht mit ins bett nehmen wolle wolle guti guti lalalala ööö der hat mich gesehen öööö wuaah aber am schlafen kann er mich nicht hindern weil ich ganz weit oben wurde wenn ich da jetzt runter gehe ist er immer noch an derselben stelle aber am brennen beziehungsweise brennen aus brennen aus brennen aus weil er war ja am wasser ich gehe mal lösen ja haben wir gleich tschüss 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 was war eigentlich dahin auf der insel war das die insel mit dieser lustigen mine ich bin da ewigkeiten nicht gewesen glaube ich ich brauche jetzt auf jeden fall erstmal eine neue angst ich denke aus stein dürfte sie reichen ich habe ja so viel stein so 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 was war denn jetzt das da eigentlich für eine insel ich glaube ich gehe da mal kurz gucken da gibt es nämlich auch noch holz sonst fällig da schnell ein paar paar bäumchen weil da hinten ist dort ja muss man nur merken von wo ich gekommen bin damit ich auch wieder zurück finde dass es hier keine wale oder sowas gibt irgendwelche monster die kommen und sich auffressen ich könnte ja mal die insel einfach abbauen abgeraben ja so bisschen holz das war wirklich nur ein bisschen und dafür bin ich jetzt rübergegangen oder ist hier sonst noch irgendwas nur sand sand und ein bisschen holz super ja gut und steine und so was vielleicht ist ja hier noch eine höhle drunter das interessiert mich jetzt gerade nicht ich wollte ja nur ein bisschen holz haben auf meiner insel geht es irgendwie nicht vor ja ok vielleicht doch aber die dunklen nicht die gehen irgendwie die kommen nicht voran ja da wäre ich beinahe abgesuppt 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 lalalala lalalalalalalalalalalalalalalalala was denn für ein baum geworden hallo hallo ich habe es wohl ich habe wohl zu laut gesagt dass ich den äh äh baum haben wollte der macht einfach mal alles dunkel was zur hölle was zur hölle der monster baum ey ein her Äh, so. Na. Ja, da komme ich nicht ran. Ich muss jetzt also wieder ein bisschen den Baum aufbauen. Interessant. Also das brauche ich. So, dann habe ich jetzt. Au. So, ich glaube jetzt. Oh, ein Apfel. Geil. Okay. Uh. So, den habe ich. Okay, interessant. Äh, lassen wir den einfach mal so ein bisschen. Dann, ja. Dann, eventuell. eventuell reicht es schon alles was ich hier vor hatte habe ich jetzt noch eine schippe nein warum nicht ich brauche doch eine schippe stein zwei schippen dürfen für mein vorhaben reichen so das maus essen mensch das ist ja hübsch nicht finde ich das so hübsch ich weiß es gerade noch nicht so wirklich dasselbe machen wir jetzt hier drüben auch nur rutsche ich dann ja ins meer das heißt ich muss das so machen ein bisschen lustig aus was machst du denn da schwein na komm ja wie doof bist du denn okay das war jetzt was stimmt mit dir denn nicht komm raus da naja mach du mal ich guck morgen früh nach dir oh ein apfel schön wobei vorher fälle ich den baum hier noch nicht dass der morgen auch so ein riesen kalinsmann ist ich hätte es ja nicht so lust drauf ich glaube ich möchte schnell noch ein paar dunkle setzlinge setzen aber diesmal nicht so weit am wasser weil ja haben wir ja gesehen hier ja joh das ist ja okay clock So, was ist mit dem Schwein? Hat es sich jetzt überlegt, hochzukommen? Ne? Komm jetzt raus. Hm, Apfel. Bist du Apfel? Hm? Geht doch. Blödes Vieh. Ja, genau. Ah ja, wie dem auch sei. Also, wir wollen jetzt... Ja, was sind die? 16, 17... Was zum Teufel? So. Ah, jetzt brauche ich einen Eimer für das eine Feld da. Wegen dir. Komm, gib mir einen Eimer. Einen Eimer. Nein. Hier einmal Wasser. Flup. So. Jetzt ist wieder alles Tutti. Okay. Ich hoffe... Ah. 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 Ähm. Dann wollen wir die... hierhin ausbreiten. Damit das riebisch aussieht. Richtig riebisch. Ist jetzt noch ein brauner Baum fertig? Ja. Oh, Apfel. Naum, 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 naum. Ah. Oh, naum, 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 naum. Okay, dann mache ich das hier gleich ringsrum auch noch dicht und dann buddle ich das hier mal frei. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich das eventuell noch ein Feld nach vorne sitze hier, damit das alles wieder einigermaßen symmetrisch ist. Aber im Moment habe ich da so nicht die Lust drauf. So. Hübsch, 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 hübsch. Habe ich noch eine Spitzhacke dabei? Ja. So. So, ähm. Für die Kiste brauche ich auch noch einen anderen Platz. Aber langsam wird es glaube ich, wird es glaube ich hübsch, kann das sein. Ich glaube ich muss echt das hier noch so einen weiter nach vorne setzen. Kann ich da nämlich so dunkle Treppenstufen heransetzen oder ebenfalls helle, so wie hier. Aber ich glaube es gibt gar keine, es gibt glaube ich gar keine Eckstücke, wa? Das würde, das würde ziemlich dumm aussehen. Ich habe doch hier so ein paar Stufen dabei. Wie sieht denn das aus so? Irgendwie komisch. Oder? Sieht das komisch aus? Ich weiß es gerade noch nicht. Ich glaube ich mache das trotzdem so. Sieht zwar irgendwie komisch aus, aber... Aber, äh, es wird irgendwann, wird es Sinn ergeben. So. Hier noch ein paar... ...ein paar dunkle Bretter. ...ein bisschen dunkles Holz. Das brauche ich ja noch, um meine Idee hier zu Ende zu bringen. Jetzt haben wir nämlich sieben Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mir fehlen jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, um das hier zu Ende zu bringen. Allmählich sieht da doch nach was aus, wa? Allmählich. Ähm, warte mal, wie viel Sand haben wir jetzt? Ist das hier alles Sand? Ja. Gut mal, da können wir doch direkt auch mal... ...das hier wieder... ...zurückbauen. Aber wobei... ...das Wasser passt sich ja sofort an. Also was zur Hölle will ich denn da noch mit Sand? Geht auch so. Okay, ist gut. Aber... ...ich könnte das hier noch so ein bisschen anpassen. Das heißt... ...hier kommt Erde hin, die da ja auch eigentlich hingehört. ...die hole ich mir hier mal eben. Äh... ...aber nur so. Es ist keine Lust, das da auszubessern. Erde, Erde, Erde. Erde, Erde. Erde. Hier haben wir noch mehr, okay, alles klar. So. Äh. Erde, Erde. So. ...reiten wir die Insel hier auch noch ein bisschen aus. Erde, Erde. Dann möchten wir hier Sand entfernen. Ach, Schwein. Da geht doch auch nicht gleich so. Oh, ein... Alter. Ey, das sind Bäume. Kein Bock drauf. So. Dann fahren wir hier jetzt noch so ein bisschen... ...bisschen Sand. Wir machen da ein bisschen Erde hin, damit das hier noch so ein bisschen nach einem... ...nach einem Strand aussieht und einer Kante und darum, um den da kümmere ich mich morgen um den. Alter. Alter. Ernsthaft, was ist das denn für ein Baum? Für dein Mammutbaum. Baum. Mammutbaum. Mammutbaum. So. Okay. Vielleicht drei Bäume. Auch gut. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass es hier wieder heller wird. Hübsch. Alter. Da geht echt jede Axt dran kaputt. So. Die müssen hier echt super... ...Boden oder sowas haben, weil sonst würden die doch niemals... ...so hoch wachsen. So hoch wachsen. Ähm. Ach. Alles voll... Wo kommt der denn her? Ist gut Ach guck mal da Noch ein Apfel Habe ich den jetzt völlig erwischt da oben? Ich will den Apfel haben Scheint aber, ne ich habe alles erwischt Okay Okay, wie viel Holz habe ich da jetzt letztendlich von geerntet? Ich glaube jede Menge Oh, jetzt 42 Nice Kann ich nämlich zumindest Das hier noch zu Ende machen 6, 7, 8, 9 Yeah Yay Das ist so richtig Das ist so richtig Okay So kann man es erst mal lassen Ja, die ganzen Sätze Gruselig Ja komm Ich bin gerade so in Baumfällerlaune Dann fälle ich euch auch mal eben Also dich Ich werde durch Fälle in du Baum Jetzt hier alle Setzlinge weg Ja Sind alle erst mal gewachsen Ja Da Äh Äh Was? Klopp Da habe ich ja erst mal wieder eine ganze Menge geschafft War Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also ich muss Ich würde gerne da Geht mir das Also ich würde gerne da hinten noch ein bisschen was Hier noch ein bisschen was machen Damit das in Zukunft Also hier wird eine dauernde Baustelle sein Aber hier würde ich gerne was dran machen Damit es hübscher ist Den Stall eventuell umändern Dass hier zwei Türen drin sind Und nicht der Gang da Hier an der Optik noch ein bisschen was machen Aber es Äh Doch Ich muss sagen Mit jedem Mal mit dem ich hier rangehe Hier sieht es ein bisschen anders aus Da Ich würde sagen Schalte auch nächste Woche wieder ein Wenn es heißt Wir inseln unsere Bau